Oh, eh, 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 I'm window. It's fine, I'll... Wohin geht's heute? Oh, Düsseldorf, Eurozis. Ah, ich auch, zufälligerweise. Ich frag mich, ich bin jedes Jahr da, die Hallen sind so voll. Also, warum kommen so viele Besuche dahin? Ja, es ist ja die Leistungsschau für den Einzelhandel. Ich meine, das ist die Plattform, wo man sich mal präsentieren kann, gesamtheitlich zeigen kann, was man zu bieten hat. Wir sind Technologieanbieter, von daher ist die Eurozis, egal ob eigenständig oder im Rahmen der Euroshop, für uns immer relevant. Wir sind seit Jahr und Tag hier, um im Prinzip dem Einzelhandel ein bisschen zu inspirieren, neue Lösungen, neue Ideen mitzugeben, sowohl mit eigenen Lösungen als auch mit Partnerlösungen. Und von daher ist das für uns genau die richtige Plattform. Mal nicht nur reden wie auf Kongressen, sondern auch mal zuhören aktiv. Was gibt's für neue Use Cases? Und dann halt ein bisschen mit Lösungen zu zeigen, schau mal, so könnte es gehen. Und Lösungen von Access Communications, was bietet ihr an genau? Ja, wir sind eigentlich Weltmarktführer, was Videoüberwachung betrifft. Das ist im Einzelhandel natürlich nach wie vor ein Riesenthema. Vier Milliarden Inventurdifferenzen pro Jahr allein in Deutschland. Das war schon immer ein Thema, wird es auch immer bleiben, Diebstahl. Und da ist Video halt das best geeignete Mittel, um zu vermeiden oder aufzuklären. Aber eine Kamera kann halt heute viel mehr. Das ist uns wichtig zu zeigen, dass eine Kamera natürlich nicht nur die bösen Buben sieht, sondern eigentlich alles, was im Store passiert. Und über Videoanalyse kann man jetzt dem Händler helfen, sein Angebot zu optimieren, das Einkaufserlebnis zu steigern, gegebenenfalls auch mit Musik Lösungen zu machen oder halt auch gezielt gewisse Dinge, Impulskäufe zu fördern, indem man halt über Video, Videoanalyse sieht, was im Moment passiert und dann zum Beispiel eine Durchsage oder eine Musik entsprechend anzutriggern, die dann die Einkaufsatmosphäre an sich gestaltet. Oh, es geht los! Buckle up! Aus Spyder Aus 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 Vielen Dank.